Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platinum mit ein paar Framedrops. Aber egal. Doch, wir müssen hier hin. Gedubter Brut, gib dir süßen Honig her. Tu was wir sagen, Team Galaktik wird den Honig bekommen. Wir werden damit ein großes Teil Pokémon anlocken und dann fangen. Hey, das Kind, das hat alles gesehen. Was machen wir nur? Da fehlte noch, dass das Kind los von Team verruhen. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass der Spike seinen Mund hält. Okay. Ich soll meinen Mund halten. Motherfuckers. Wer könnte mich mal am Arsch lutschen? Hurenbäcke! Stimmt! Yes! Ha-ha-ha-ha-ha! Könnt' ich auch mal bitte neue Pokémon-Health-Time holen? Also für meinen Pokédex, natürlich. Upsala! Das ist nicht schön, dass ich jetzt verwirrt wurde. Weil's genau so hinausgelaufen ist. Hey, Shiny Shinox, wie wär's, wenn du ein bisschen Spaß haben willst? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wir haben noch zwei im Haus, aber das ist jetzt gerade belanglos. Noch ist es belanglos. Warum hast du jetzt gerade so einen Framedog, Mann? Leck mich. Lauf nochmal. Danke, dass du wieder normal läufst. Boah, Alter, der Framedog geht gar nicht mehr. Baaaaaah. Er hat Wasser, man hat gesagt, und daher wollte ich das so episches... Was? Das kann nicht sein. Machen. Naja, das ist irgendwie schlecht gelaufen. Oh, das macht doch keinen Spaß. Das ist wieder richtige Arbeit, sag ich dir. Weißt du was? Leck mich. Am... Po-po. Yeah. Tut alles mit Funkensprung. Funkensprung, Funkensprung. Funkensprung, Funkensprung, Funkensprung. B-b-b-b-bam. Hey, Scheilux entwickelt sich. Pff, 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 pff. Pff, 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 pff. Luxio. BAM 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 Gegen alles Kempf was ist das hier?! Shamian! Luxio! BAM Funkelschwung Luxio! Scheiß Mogel-Heat, Mann! BAMS! Skunkapoo! Komm schon, tut es! Daimadafucka, daimadafucka Ach, daimadafucka, daimadafucka Funkel im Brecher, kacke! Daimadafucka, 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 daimadafucka Und who are you? Ich bin einer der drei Kommander des Team Galactic Moment, das stimmt gar nicht, einer der vier Kommander, man nennt mich Max Wir werden eine neue Welt schaffen Eine, was auch die beste ist als diese, aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut Gefällt uns das auch nicht, oder? Das macht mich traurig, kämpfen wir um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden Wenn ich gewinne, verschwindest du hier Gewinnst du, wird Team Galactic hier verschwinden Okay, Zeit für ein bisschen Action! Okay, Luxio! Funkensprung! Und tschüss, Zubart! Und hallo, Level Up! Schnurrgast! Ein Scheiße! Er hat einen Schnurrgast! Okay, Funken-Sprung! Ah! Scheiße, ist das viel schnell! Ah! Verdammt! 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 Zeit für etwas Pampyro! Los! Tempo-Eep! Ah! Er hat den Sinelbiere gehabt! Los! Nochmal Tempo-Eep! Und das ist es gewesen für Schnurrgast! 666?! Ja! Dann gibt es einen ganz anderen Film! Was ist das für ein Mann?! Ich habe die wines Thermal-Lösung. Du wirst das eine Beine verletzen! Dann wirst du hier rein! Ja! Ich Milchenes-Dinne! Ich stehe die Kräfte! Äh! Entschuldigung! Hmm... Ihr habt das Ballon-Pokémon wieder, das bedeutet, dass bald ein Driftblum wieder zurückkommt. Ne Ba- Hör auf, ich wollte zu labern! Hör auf, ich wollte zu labern! Hör auf, ich wollte zu labern! Okay Leute, ich wollte mal sagen, wir machen hier im nächsten Part von Pokémon-Plattin weiter. Also bis zum nächsten Mal, tschüss!